ARSCHLOCH Hey, könntet ihr mir Geld fürs Taxi geben? Der Bankautomatspinnt schon wieder. Ich kann dir was anderes geben, wenn du willst. Arschloch. ARSCHLOCH Hey, kann ich mir Karte zahlen? Oh Gott! Es ist kalt und es ist dunkel und die Gegend ist nicht gut für dich. Was? Hier, nimm Taxi und fahr nach Hause. Nee, das kann ich gar nicht annehmen. Ist ok, nimm Taxi und fahr nach Hause. Danke, aber ich lauf nach Hause. Ist schon ok, wirklich, ich lauf einfach nach Hause. Schönen Abend noch. ... ... Vers Ist mit der Welt los Ich Ich habe kein Problem Nein, ich frage bloß Fragen Fragen habe ich viele Wenn ich nur nach Regeln leben soll Warum setze ich mir dann Ziele? Das ist für dich Für mich? Das ist eine lange Geschichte Ich komme dich besuchen morgen Dann erzähle ich dir das Ein R Ivan T War Musik Musik Zeit Zoom Schlaflos lieg ich da und überlege jeden Tag, ob die Welt einmal schöner war Und du, kannst du mir sagen, warum Aufmerksamkeit nur noch generiert wird durch Versagen und viel zu viele Fragen